Willkommen bei Bonsai Kunst Hamburg. Ich bin Claudia Heinrich und ich möchte euch heute eine kleine Demo zeigen. Es geht um diese beiden Sicheltannen und die sollen zusammen gepflanzt werden und als Mutter und Kind dann eine neue Komposition bilden. Dafür haben wir dann hier auch noch eine extra Schale, so dass wir die beiden dann auch noch als kleine Landschaft zusammenpflanzen können. Die erste Aufgabe wird dann sein, dass wir erstmal alle toten Bereiche hier einmal entfernen. Dann muss er auch noch etwas ausgelichtet werden und der nächste Schritt wird dann auch schon sein, die alte Erde zu entfernen. Wenn dann beide Bäume grob zusammengepflanzt worden sind, dann kann man mit der eigentlichen Gestaltung anfangen. Dann muss man bei einer Gruppengestaltung immer darauf achten, dass beide Bäume so gestaltet werden, damit sie ein Gesamtbild ergeben. Das kann man natürlich erst machen, wenn die Bäume auch zusammen stehen. Dann kann man hier ab und dann wieder ein Gesamtbild. Das muss man sich mit einer Gruppengestaltung mit einer Gruppengestaltung benutzen. Dann muss man verkommen. Das ist ein Gesamtbild. Das machte eine Gruppengestaltung. Dann wird es um Spanchen mit einer Gruppe getrennt und Aufmerkommission. Dann wird dann etwas Bonsai- und Abomöglichkeit aufzeigen. Kommission High- und Abomöglichkeit aufzuhimen. Die Wurzelbäume von beiden Bäumen sind nun einmal bearbeitet, zurückgeschnitten und das alte Substrat wurde ausgekämmt. Zudem mussten die Wurzeln so bearbeitet werden, dass die beiden Bäume möglichst dicht zueinander stehen können. Die beiden Bäume werden jetzt hier einmal auf der Schale fixiert und für die Pflanzmulde benutzen wir Keto, das ist noch versetzt mit Akadama-Staub und Spagnummoos. Die Wurzelbäume von beiden Bäumen und Spagnummoos und Spagnummoos. Die Wurzelbäume von beiden Bäumen und Spagnummoos und Spagnummoos und Spagnummoos. Die Wurzelbäume von beiden Bäumen und Spagnummoos und Spagnummoos. Die Wurzelbäume von beiden Bäumen und Spagnummoos und Spagnummoos. Die Wurzelbäume von beiden Bäumen und Spagnummoos und Spagnummoos und Spagnummoos und Spagnummoos. Die Wurzelbäume von Spagnummoos und Spagnummoos und Spagnummoos und Spagnummoos und Spagnummoos. Das Baumpaar ist nun fertig. Die beiden Bäume wurden jeweils ausgelichtet und die toten Bereiche jeweils ausgeschnitten. Außerdem wurde der kleinere der beiden Bäume etwas schräger gepflanzt, da der größere Baum der dominantere ist und den kleinen quasi etwas zur Seite verdrängt und in diesen Bereich vom kleinen Baum auch mit hineinwächst. Für die Unterpflanzung haben wir etwas Moos benutzt, mit dem sich schon natürlich etwas der Unterpflanzung mit hinein gemogelt hatte. Das erweitert optisch die Landschaftsgestaltung und ergibt so ein schönes Gesamtbild. Ich hoffe ihr hattet Freude an dem Video und dass wir uns bald wieder sehen. Back Estoy Informationen! Ich bann mich zum Beispiel auf der Umgebung definitiv chimie! Ich bin укantes von derodesken- und Hoje in der Kommission imgezogen. Beimeroman, ein Chicken aus der Haut? 6 1 1 2 1 1 3 1